Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloons TV. So, was machen wir heute? Wollen wir vielleicht, obwohl wir sollten vielleicht erstmal alle Easy Maps durchmachen auf schwer. Dann haben wir schon ein bisschen mehr genug Geld angesammelt. Apropos, 2, 3 reicht nicht. Ich würde, wie gesagt, gerne Mr. von und zu Benji freischalten. Brauche ich aber 3000, das heißt wir machen fleißig weiter. Wie ist es hier? Wie viel? 400 kriege ich dafür. Nice, dann machen wir das. Das klingt sehr schön. Okay. Da kommst du hin. Yep, yep. Das Übliche. Okay. Aber ganz ehrlich, diese Map ist sowas von einfach, wie man die hier entfernen kann. Wirklich, das ist eigentlich ziemlich easy. Oh, einer kommt durch. Schweinerei. Frechheit. Große Frechheit, ehrlich. Also. So. Okay. Schneller. Komm schon. Jap, 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 jap. So. Noch nichts. Nächstes würde ich einen Ninja nehmen. Oder lieber einen Boomerang-Buben. Nehmen wir jetzt mal einen Boomerang-Buben. Mit, ähm, mit, mit, mit. Höherer Reichweite auf jeden Fall. Auch freischalten. Und oben, ja. Manchmal vergesse ich das. Go, go, go. Jetzt ist die Frage, will ich zuerst ein Ding freischalten? Oder lieber, ich glaube, ich nehme erstmal die Gläse. Manchmal ist es ja echt schwierig zu entscheiden, was man denn zuerst macht. Keine Ahnung, aber die Rückgeschädelbe wäre jetzt nämlich wichtig, aber das ist erstmal noch zu teuer, denke ich. Gleich wäre es clever. Zu den Waffen. Was bist du denn? In den Waffenfähigkeit verleiht allen Affen in der Nähe 50% Angriffsgeschwindigkeit, lässt Bluens 10 Sekunden lang platzen. Okay. Ähm. Waffenstatt erhöht den Einflussradius und bringt für jeden Video-Runde einen kostenlosen Wufffall. Hall, wir haben mich doch immer nicht... Hm? Hab ich mich schon freigeschaltet? Äh, keine Ahnung. So. Ähm. Ein Dorf hier in die Mitte setzen. Das hat dann drumherum alle anderen Affen bauen können. Ist ja vielleicht keine schlechte Idee. Fünfmal Passat. Mhm, mhm, mhm. Tschüss. So. Aber ich glaube, bevor wir das teure Ding setzen, sollte ich vielleicht erstmal einen Nagelwerfer setzen. Zu Sicherheit, weil ich hier nämlich schnell mal was durchkommen kann. Mhm. Nämlich echt fixe Dinger. So. So. Sehr gut. Backup steht. Dann erst Dorf oder doch lieber anders machen? Hm. Ich glaube, erst ein Dorf. Eins, zwei. Ist echt teuer. Aber wir können es schaffen. Oder erst die Ricochet. Uff. Uff, uff, uff. Heiße Boomerangs. Gut. Dann jetzt das Dorf. Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist eins, eins, drei. Okay. Ich will das Dorf nur erstmal setzen können, damit ich weiß, wie viel Platz das Ding braucht und ich dann drumherum bauen kann. Das Dorf wird sicherlich nicht rechtssichtfertig werden. So. Ey. Blüpp. Passt perfekt. So. Super. Da. Tarnblumen, sag ich doch. Ist schwierig. Jo. Okay. Mhm. Dann hätte ich gerne im Radius. Ja, was denn? Noch ein Boomerang? Noch mal so. Ja, ich denke schon. Uh-huh. Go, go, go. So, und dann? Ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Zwo, eins. Das ist natürlich auch ziemlich wieder viel. Wir haben direkt... Oh, Gott. Tut mir die teuersten Dinge an. Vielleicht sollte ich zuerst die Plantagen setzen dann. Ja, vielleicht. Ich glaube, Economy wäre wirklich nicht so verkehrt. Mhm. Noch ist ja alles gut hier. Auch die können wir erstmal überleben, weil wir haben den Nagel-Lieger noch in der Hinterhand. Mhm. Mhm. Immer noch gut aus. Dann hole ich jetzt erstmal eine Rekuschel-Glebe. Dann sollte man hier auch erstmal sicher sein. 35, Mist, bald. Ach, shit. Dobe Ding, es kommt. Ach, so ein Mist. Ähm. Ist hier wirklich die beste Idee? Auf Reichweite-Gig kann ich es auch so machen. Vielleicht lieber... Wäre, glaube ich, schon... Uff. Wierig. Mhm. Aber in 5 Hunden schaffe ich es, glaube ich, auf den Urbschläger. Daher sollte es vielleicht kein Problem sein. Oh, Bananen. 3, 4. Wenn ich brav spare, dann vielleicht? Haben wir, glaube ich, jetzt die Map auch geschafft, meine ich. Das wäre gut. Mhm. Trotzdem ein bisschen kritisch, muss ich zugeben. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Okay. Mal langsam da. Vorbei. Kannst du eh nicht ändern, aber sieht gut aus. Puh. Geschafft. So. Ähm. Jetzt würde ich gerne dich noch ganz kurz auf D upgraden. Dann haben wir nämlich erstmal ein gutes Backup. So. Ja. Okay. Damit kann man arbeiten, denke ich. Mehr Economy. Oh. Da kommt einiges durch. Das war eher uncool. Oh, das könnte wehtun, wehtun, wehtun. Uh. Schmerzhaft. Okay, das ist doof. Ganz, ganz doof. Ähm. Gut, damit kommen jetzt erstmal nicht mehr so viele, aber wir sollten ganz, ganz dringend das machen. Ganz, ganz dringend. Ja. Mhm. Okay. Schon halbwegs gesichert. Wie kosten die 3,5? Uff, das ist viel. Go, go, go! Okay, weiter, 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 weiter! Mhm, 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 mhm. Gut, gut, gut. Ah, es läuft noch, noch läufts. Noch, können wir machen. Noch, können wir Econ. Eko, Eko. Uff. Wisst ihr was? Mir reichen zwei Banken. Die sind einfach zu teuer. Denn langsam, genau. Das ist nämlich hier schwierig. So, Moab-Dingens. Und das gleiche gilt für dich. Erstmal bekommst du jetzt... Kaboom. Du das, ganz genau. Dann bekommst du die Rig-Buschette. Uff. Okay, alles gut. Zack. Kriegen wir es hin? Ja. Ja, 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 ja. Okay. Du bist fertig. Du bekommst eine große Reichweite. Und dann den Buff, beziehungsweise du... Ja. Hm. Und jetzt kann man vielleicht auch mal eine Bank an den Dingens stellen. Weil jetzt kann man es uns leisten. Okay, vielleicht auch nicht so genau. Äh, nicht so ganz. Ernsthaft? Ich glaub, ich brauch Schnipper. Mhm. Aber ich würde trotzdem noch mal eben so ein Ding kaufen, weil 3 immer irgendwie so eine gute Mischung ist. Mal hin hier. Okay. Ja, ja, ja. So. Okay. Prima. Du, du bist wichtig. Nur noch Moab-Probleme. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Ich brauche mehr Gläben. Mehr Gläben! Mehr Gläben! Und ein... Yay! Wie viel hast du noch mal gleich? Passt gar nicht. Aha. Fünf, vier. Gar kein Thema. Boom. Boom. Dann schicken wir die jetzt immer wieder zurück. Das ist perfekt. Und dann hätte ich gern mehr von denen. Hätte ich gern mehr von denen? Kommt die klar? Ihr kommt klar. Natürlich kommt ihr klar. So. Alright. Ganz genau. Hätte ich gern noch einen Bomber? Bist du überhaupt schon geupgradet? Ja. Ähm. Was möchte ich denn? Was möchte ich denn? Was möchte ich denn? Die Auffassung ist so groß. Ich weiß es nicht. Kann man hier entscheiden? Sehr gerne. Noch ein Sniper. Ein Anti-Morp-Sniper? Nein. Speed-Sniper. Nein. Speed-Sniper. Yip, yip, yip. Okay. Mhm. 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 Ist schon ziemlich krass eigentlich. So. Schneller. Weiter. Besser. Eine geht noch auf jeden Fall. Das kann ich für die maximal halten können. Ist das hier dran? Ne. Nee. So. Du noch? Jetzt fängt das wieder an. Die halten wieder den Spawn. Im Spawn. So gefällt mir das. Okay. Mal erstmal die Trommeln hier rausholen. Kein Problem. Down. Was würde ich haben wollen? Das Ding am besten, oder? Weil der schön schreddert hier. Wäre nicht schlecht. Dann sparen wir mal da drauf. Ich wollte... Ich wollte ich. Ja. Ach, das war's. Genau, genau, genau. Ähm. Was kommt danach eigentlich? Die Mehr-Expertise. Alle Primäraffen im Radius halten kostenlos, ob Größe Stufe 1 und 2 bringt den Affen, bringt den Affen Mega-Ballista? What? Okay. Weiter. Ich weiß nicht, wie viel hier reinpasst, ne? Ich bin, ich glaube, 10.000 pro Bank. Vielleicht. Ich sammeln mal lieber. Sicher ist sicher. So, wie viel brauche ich? 43. Das kriegen wir hin. Du warst 27. Das macht Spaß. Oh, Mann. Die stecken da direkt fest, ey. Oh, yeah. Oh, ja. Hä, hä. Hä, hä. 43, hab ich gesagt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die stecken da auch fest. So gefällt mir das. Leifers sind auch ziemlich, ziemlich böse. Keramik? Klingt nach Keramik. Und noch ein Moab? Na, vielleicht. Vielleicht, keine Ahnung. Kann man nicht sehen. Jetzt macht es den halt weg. Es nervt. Es nervt. Oh, ein Upgrade. Okay. Permaladung, okay. Cool. Till. So. Nun aber. Boom. Ultimative Kraft. Die Affen der Stufe 5 sind die stärksten im Spiel. Du kannst jeweils nur immer einen davon in jedem Pfad spielen lassen. Also wir können nur einen von denen hier stehen haben. aber wir können hier auch eine maximale Upgrade holen. Das heißt, jede Power Art ein Upgrade auf Maximalstufe. Das ist ziemlich cool. Das ist eine ganz gute Position. Ich glaube, wir können jetzt hier ordentlich mal durchgehen. Okay, was würde ich noch Upgrade ab, 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 abmexeln wollen? Ein bisschen hier. Auf was denn? Blumenverdünner? Ah, da fehlt ein bisschen. Blumenverdünner? Ja. Why not? Da wäre mir eh kein Problem mehr mit dem... ...Ploons. Wollen wir die Runde zu Ende spielen? Absolut weggeschreddert da vorne. Der Wahnsinn, ehrlich. Schön. So, alles kollektieren. Alles kollektiv verkaufen. So, und was kaufen wir uns dafür? Die hier. Obwohl, es lohnt sich eigentlich fast gar nicht, ey. Puff. Puff, puf, puf. Ah. Für dich brauche ich noch. Dich auf jeden Fall. Und dich natürlich. Okay. Die kommen gar nicht mehr fast... ...also fast nicht mehr über diesen Punkt hinaus. ...was ich sehr schön finde. Was ich sehr schön finde. Yeah, yeah. Geschreddert. Und letzte Wave. Boom. Wird überhaupt noch hier rauskommen? Eigentlich nur seine Brut. Blöb. Und fertig. Oh, Mann. Läuft bei uns. Okay. Dann einmal Wissen verteilen wieder. Hier. So, was nehmen wir denn? Was habe ich gesagt? Den eisigen Pfad. Aber wir müssen eigentlich vor allem hier lang. Ich glaube, ich würde jetzt mal ganz kurz den schnellsten Weg Richtung Meerstadt. Mehr Stadt. Money gehen. Scheiß. Wuppkleber verlangsamt. Stärker als üblich. Gut. Das ist mir ziemlich egal. Blumenverdünnerkosten um 1000 reduziert. Hier fehlt mir noch. Ein Punkt. Und okay. Das heißt, den packen wir auf jeden Fall. Da ich ja hier unten dorthin muss. Hoppala. In diese Richtung. Okay. Das war jetzt Hochfallaffen. Ein Durchsatzkraft für alle Würfel. Gut. Das ist praktisch. Wenn die direkt zwei Schichten poppen lassen können. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.